Ich habe dieses perfekte Paar beobachtet. Sie waren die Verkörperung der wahren Liebe. Ich will mein Leben nochmal von vorne beginnen. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen vom Zug aus. Sie war, sie war da mit diesem Mann. Nur eine Sekunde lang. Ist sie das? Können Sie mir sagen, wo Sie Freitagabend waren? Ich war in der Stadt und dann habe ich meinen Mann besucht. Sie meinen Ihren Ex-Mann. Wenn ich es richtig verstehe, war die Frau, die verschwunden ist, seine Nanny. Hey Tom. Hey Megan. Rachel, warum bist du hier? Weil ich helfen will, Megan zu finden. Ich glaube, du hilfst damit niemandem. Ich habe ihre Frau mit jemandem gesehen. Megan hat einen Therapeuten. Haben Sie ihn gesehen? Was ist in der Nacht in dem Tunnel passiert? Sag mir die Wahrheit. Ich habe mal gelesen, dass wenn ein Zug dich erfasst, es dir die Kleider vom Leib reißt. Sie wurden in der Nacht dort gesehen. Haben Sie Megan Hipfell ermordet? Nein. Sag mir, was in der Nacht passiert ist. Warum sind Sie hier? Weil ich vor mir selbst Angst habe. Sag mir, was in der Nacht passiert ist. .